Am Wochenende hat man sich beim diesjährigen Mozart Cup in der Salzburger Eisarena von den Formations-Eiskunstläufern mehrerer Nationen ein Bild machen können. Die Mädchen und Burschen mussten die Jury mit einer synchronen Choreografie und ihrem Ausdruck überzeugen. Lassen Sie sich vom Salzburger Team Sweet Mozart begeistern. Am Wochenende fand der Mozart Cup 2013 in der Eisarena Salzburg statt. 16 Teams aus sieben Nationen zeigten die Ästhetik, Dynamik und Eleganz des Synchroneiskunstlaufes der Spitzenklasse. Rund 350 internationale Sportlerinnen nahmen heuer am Mozart Cup teil. Darunter auch das neu aufgebaute Juniorenteam Sweet Mozart aus Salzburg, das an die Erfolge des Seniorenteams anknüpfen möchte. Der Mozart Cup ist die erste internationale Sportveranstaltung kurz nach Jahresbeginn und so gesehen ein wunderschöner Auftakt im Sportjahr 2013. Ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bewundere immer, wie noch sehr junge Eisläuferinnen, synchron, Information, meist fehlerfrei ihre Übungen, ihre Kür absolvieren und das ist für mich jedes Mal sehr beeindruckend, weil ich weiß, da steckt sehr, sehr viel Training und Disziplin dahinter. Italien, Eis and Fire und Austria. Ich hoffe, dass ihr einige fantastische Tage hier in der City, in der Eisläuferin und ich hoffe, dass die jungen Sportwomen von sieben Nationen in Europa sie ihren Tag genießen. Ich wünsche euch allen großen Erfolg. Kriterien beim Formationseiskunstlaufen sind unter anderem die Synchronisation aller Schritte, Arm- und Kopfbewegungen. Mit diesen und weiteren Kriterien werden die Läuferinnen von einer Fachjury bewertet. Sweet Mozart, das ist eine Synchron-Eislaufgruppe aus Salzburg. Sweet Mozart gibt es seit zehn Jahren in Salzburg und wir haben gerade wieder mit einem Union-Team ganz frisch aufgebaut und die haben jetzt beim Mozart Cup ihre erste Bewährungsprobe. Also Sweet Mozart laufen bei nationalen und internationalen Wettbewerben, wie den Mozart Cup eben, aber auch Show bei Red Bull Eishockeyspielen oder eben bei anderen Showveranstaltungen wie den Eiskalas. Da kann man sie bewundern. Erstes Ziel heuer die Union-Weltmeisterschaft. Hier einmal die erste große internationale Bewährungsprobe und in Zukunft auch Weltmeisterschaften der allgemeinen Klasse zu bestreiten. Das wird so in den nächsten Jahren jetzt aufgebaut mit sehr sehr guten Läufern. Das neu aufgebaute Union-Team Sweet Mozart setzte beim diesjährigen Mozart Cup ein Zukunftszeichen. Mit der Verletzung einer Läuferin konnten statt 16 nur 15 Läuferinnen antreten und die Programme präsentieren. Trotzdem damit automatisch verbundenen Punkteabzug auf alle Elemente zeigte das Team Zukunftshoffnung für den Synchron-Eiskunstlauf in Österreich. Das Team besteht derzeit aus zwölf Salzburgerinnen, zwei Tirolerinnen und zwei Salzburger Burschen. Es bedeutet mir persönlich sehr viel, was Teamarbeit, Teamwork und Zusammenhalt anlangt. Durch diesen Zusammenhalt, den man untereinander entwickelt, da entstehen auch sehr enge Freundschaften und Ähnliches. Es ist auch sehr schön mit anzusehen, dass wirklich so eine enge Bindung zwischen Sportlern dann zustande kommt und dass man sich persönlich auch untereinander so gut versteht. Ja, also in dieser Saison steht die Junioren-WM für uns im Fokus und auf die möchten wir uns ganz gut vorbereiten und dort unser Bestes zeigen natürlich. Sweet Mozart erreichte beim Mozart Cup 2013 Platz 6 und den im Rahmen des Mozart Cups zu vergebenen österreichischen Juniorenmeistertitel.